Ich habe das Gefühl, heute hört jeder seine Musik nur noch über Handy und PC. Ich habe auch noch eine ganze Menge CDs, die ich immer wieder anhören möchte. Wenn so eine CD aber Kratzer hat und deswegen springt, macht das keinen Spaß. Ich habe da aber einen Trick. Ich nehme einfach etwas Autopolitur, gebe da ein bisschen von drauf. Und wenn die Kratzer nicht zu tief sind und ich hier ein paar Minuten reibe, dann kann ich sie wahrscheinlich wieder anhören. Lieber Haro, da kannst du über deine CD noch so viele Kreise ziehen. Funktionieren wird das nicht. Ich habe eine viel bessere Lösung. Aceton. Ich gebe davon etwas auf einen Lappen und streiche damit über die CD. Vorsichtig. Dann lasse ich sie an der Luft trocknen. Und so funktioniert es. Vor dem Abspielen kontrolliere ich natürlich noch mal, ob das Aceton auch eingezogen ist. Ja, womit kann man eine leicht zerkratzte, eine leicht zerkratzte CD reparieren? Sibylle sagt mit Aceton, Haro mit Autopolitur. Und wir gehen jetzt zu Frau Rabowski nach Neumarkt. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Hatten Sie schon mal das Problem mit einer leicht zerkratzten CD? Nein, habe ich noch nicht gehabt. Könnten Sie es denn eventuell lösen? Ich tippe mal auf die Sibylle. Sie sagen Aceton wäre eine Möglichkeit. Dann locken wir Sibylle ein und gucken gemeinsam die Auflösung an. Ja. Ich hoffe, Sibylle, du hast nicht deine ganze Sammlung mit Aceton behandelt. Denn Aceton ist ein ausgesprochen aggressives Lösungsmittel. Meine Idee ist die bessere. Die Autopolitur glättet die Oberfläche und der Laserstrahl wird an den Kratzern nicht mehr abgelenkt. Eine runde Sache. Mensch, das tut mir leid. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte auch genau andersrum vermutet. Aber es stimmt. Es war leider Haro, der recht hatte. Ist nicht schlimm, oder, Frau Rabowski? Ist nicht schlimm. Sie bekommen von uns ja auch was Tolles, nämlich unser schönes ARD-Buffet Messer zu Ihnen nach Neumarkt geschickt. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Das ist prima. Ihnen auch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke. Tschüss.